Wehrdringerung! Zum Wut! Ab und im Gegenverkehr! Ghetto Faust! BAM! Der Blut-Effekt wäre viel realistischer als BAM! Ja, stimmt! Der Blut-Effekt! Den mache ich größtisch mehr! Ghetto Faust mit dem Gegenverkehr! Ah, endlich! Mein Popo wird entlastet! Dein Popo wird entlastet? Was hast du denn da drin gehabt? Irgendwie scharf meine Jacke wieder zuzumachen! Das will ich jetzt sehen! Das schafft er nicht! Da vorne solltest du jetzt mal wieder hinter uns kommen, weil ich nicht mehr weiß, wo es lang geht! Oh Mann jetzt! Jetzt hast du ihm voll die Einlage versaut! Ja! Den holt mal! So, warte mal! Ja! Äh! Wer hat's gedacht? Wo hat er gerade aussieht? Ah! Ich weiß es nicht! Oh scheiße! Sind wir hier falsch? Sperrenberg? Falsch! Ich weiß es nicht mehr! Sperrenberg? Sperrenberg? Sperrenberg! Ne, wir sind richtig! Alles gut! Hallo! Kevin, hier sind wir letztens auch lang gefahren! Ja? Ich hab doch gesagt, hier ist die Brücke kaputt! Richtig! Hier ist irgend so eine Brücke oder so! Ich meinte natürlich! Ah! Wir sind ja voll in den Umsicht gefahren! Irgendwann der Ampfeiger hat viele Kilometer! Ja, eigentlich sind es hier voll die geilen Strecken so für Motorradfahrer! Müssten nur noch so ein bisschen mehr Kurven sein, dann ist es eigentlich perfekt! Da vorne kommen glaube ich richtig geile Kurven, aber da fahren wir heute leider nicht lang! Wo fahren wir nochmal hin? Wir fahren nach Sperrenberg! Da ist so ein altes Kaserngelände, da dürfen wir eigentlich leider nicht rauf, so wie beim letzten Mal! Ey, wenn der Zeichelschieb uns wieder wischt, müssen wir diesmal bezahlen, ne? Ja! Die 5.000 Euro! 5.000 Euro! 5.000 Euro! 5.000 Euro! Jetzt muss ich mal überlegen, äh, irgendwas ist hier komisch! Ach, jetzt sind wir hier! Doch, wir sind richtig! Na dann! Ja! Mal gucken, vielleicht kann man ja hier nachher irgendwo essen gehen oder so! Ich bin nur 70 in der Ortschaft! Was denn? Wir fahren 60! 60 fahren wir! Okay, einer fährt 70, einer 50, einer 60 und alle fahren hintereinander! Und außerdem geht mein Tacho falsch, das heißt, der zeigt eigentlich immer 50 an, wenn's sein muss! Klingt wie so ein voll schlechter Witz! Ja, der höchste Pferd fährt ja die Durchschnittsgeschwindigkeit, also der hat ja die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit! Das komische ist ja, ich frag mich in so'n Käffern hier immer, was machen die Leute, also was arbeiten die? Fahren die immer nach Berlin raus oder so? Bestimmt! Ja, stimmt! Boah! Oh! Oh! Die blinker blinker ist kaputt! Ja! Oder sie blinkt nicht! Ich vermute mir, die blinker ist kaputt! Der ist natürlich kaputt, Mensch! Als wenn ich hier nicht nicht blinken würde! Natürlich ist mein Motorrad nicht nach der STVU gesichert! Genau! Es ist nicht so, dass ich einfach zu voll bin! Es ist wirklich kaputt! Oh Gott! Synchron, was immer das auch heißt! Ein Alarm fahren? Ja, genau! Warte, wir machen! Ich hab grad mein Visier sauber gemacht! Guck mal! Er ist geschissen! Scheiße! Wer ist geschissen? Ein Visier! Ach so! So, jetzt warte mal! Jetzt komm ich hier wieder! Wir müssen nach links! Oder? Links, rechts, links, 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 links! Wir müssen nach links! Wir fahren! Ich hab irgendwie das Gefühl, wir fahren irgendwo lang wo... Ja, ich glaube er hat nicht verfahren! Und wir sollen ihn einfach noch nicht mitbringen! Er gibt es nicht zu! Er traut sich zu! Nee, hier kommt jetzt wieder ein See! Ich weiß zwar nicht wie der heißt, aber... Wollen wir vielleicht mal irgendwann kurz ein paar Standaufnahmen machen? Äh, wir sind gleich da! Und hier können wir später auch... Oh, mir ist grad ein Spinn ins Visier... Uah! Scheiße! Aaaaaaah! Pane! Geh in Haft! Was war denn? Mir ist eine Spinn ins Visier reingekrabbelt! Und dann kriegst du nicht mehr raus und die Kasse spinnen! Mach einfach Visier auf! Oder geht das dann nicht? Die wohnt jetzt in deinem Helm! Ja, auch gut! Unvermieter! Die krabbelt dir ins ordentliche Eier rein jetzt! Oh, das sieht voll romantisch aus damit! Romantisch! Romantik pur! So, jetzt mach mal ein bisschen langsamer! Bisschen langsamer, bisschen langsamer! Irgendwo hier rechts ist es jetzt gleich! Boah! Was ist rechts? Wir sind gleich da! Auf der rechten Seite kommt jetzt gleich was! Fahrzeug mit rechts! Einmal blinken! Oh mein Gott, dein Ernst! Und... Ah, es geht ja! Geht! 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 So, und hier sind wir an der Stelle, wo ich meine Fahrschulvideos gedreht habe! Hier diese Motorrad-Tutorials! War schon lange nicht mehr hier! Ist hier noch deine Skizze irgendwo an der Wand zu sehen? Richtig geile Idee! Können wir uns ja mal angucken! Hast du die da oben gemalt? Ja! Glaube ich jedenfalls! Ich erinnere mich nicht mehr daran! Toll, jetzt hätten wir gerne alle ein Super-Motor-Moto! Für die Scheiße hier! So! Bitte nicht mehr gegen das Kennzeichen fahren! Warte! Moment, Moment! Nein, bitte nicht! Und, ist doch ganz nice hier, oder? Ach, denn er hat mich angebunst! Aber ich komme ja nur mit dem Rad gegen dich! Wir hören jetzt erstmal Technik wieder aus!